Zehn Minuten. Okay, jetzt ich, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Und Tätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Hey, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Wow, schau dir das an. Oh. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. 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 Kannst du dir das alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Ende des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Pass auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde eins. Kampf. Runde eins beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch. Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihn 15% Gesundheit. Ja. Er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du reißt die Ellbogen hoch, gerade als er eine Kombo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, konter mit einem Himmelsheber. Unten, oben und tritt. Der hat sich gleich schlag in den Rücken gesetzt. Unten, oben, Block und Tritt für einen Klingenangriff. Du musst ihn gleichzeitig rücken. Ablocken. Geschafft. Unten, vorwärts und jetzt ein Special Move. Ja, ich mach es weiter. Unglaublich. Den Adeln los. Mach ihn platt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse, tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber, du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst mein Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zu Hölle ist hierhin? Riley! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Mann! Ah ha! Ah ha! Ah ha! Ah ha! Ah ha! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du bist erledigt, hab's ja gesagt Ähm, es war ziemlich nah dran Was? In deinen Träumen Okay, wie du willst Du zählst bis fünf, ich versteck mich und wir jagen uns Wer zuerst getroffen wird, verliert Okay Schließ die Augen Eins Zwei Drei Vier Fünf Ich komme Ich komme Ah, verdammt! Okay, gewonnen Okay, wer zwei von drei schafft Also nochmal Na gut Geh Eins Zwei Drei Vier Fünf Du bist tot Ach, kacke! Oh, Mist! Oh, Mist! Oh, Mist, was hab ich getan? Hast du sowas schon mal gesehen? Die Hundemarke gehört aberkannt! Wow! Jetzt bist du gemein! Jetzt reicht's! Wir machen's nochmal! Riley Ich würde so gern weitermachen Aber du musst zurück Aber ich muss zurück Okay Gut Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon Dann komm, ich hole meinen Rucksack Hey Also Das kam vorhin blöd rüber Aber Ich hab's echt so gemeint Du solltest gehen Das ist etwas, was du schon immer wolltest Seit Du weißt schon Seit Ewigkeiten Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das Nein Bitte geh nicht Ich werde dich so furchtbar vermissen Ich komm klar Du kommst klar Und wir werden uns wiedersehen Behalte du sie besser Ich kann mit denen nichts anfangen Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar Zeig mal her Hier Was ist drin? Das Band von dir Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen Klappe Lass liegen Komm mit Was soll das werden? Wart's ab Was hast du? Nicht jetzt? Komm her Schwing deinen Arsch hier raus Wo war's? Das ist alberndes People say We don't know What love is A high to weight Komm schon Komm Was ist denn? Hey, was ist los? Bitte geh nicht. Sorry. Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Riley! John! 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 Das war's. 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 Das war's.